Ja, das Ganze geht in die Becherstraße 9. Becherstraße 9. Ja, aber ein bisschen zack, zack, weil letztes Mal echt lange dauert. Okay, danke, tschüss. So, äh. Ja? Guten Abend, Pizzablitz. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich hatte rote Welle. So, einmal die 35, die 64, Salat Nummer 14. Macht zusammen 45 Mark. Stimmt so, tschüss. Äh, Moment. Wir kriegen aber noch einen Wein. Einen Wein? Ja, weil wir über 40 Mark bestellt haben, da kriegen wir einen Wein umsonst. Pizzablitz hat im Moment Aktionswoche gegen Alkohol. Ihr könnt von mir, wenn ihr wollt, einen Lolli haben. Nee, wir möchten keinen Lolli, wir möchten gern unseren Wein. Kuckuck, ja, wir brauchen noch eine Flasche Wein. Nein, die möchten keinen Lolli lutschen. Ja? So, hier ist der Wein. Schönen Abend noch. Vielen Dank, klasse, super. Moment, Moment. Auf meiner Pizza ist kein Käse. Pizzablitz hat im Moment Aktionswoche gegen tierische Fette. Äußerst gesund. Tschüss, denn. Und warum ist auf meiner Pizzatonne kein Thunfisch? Pizzablitz hat im Moment Aktionswoche gegen das Fischsterben. Also, das reicht mir. Ich möchte mich über Ihrem Chef beschweren. Ja? Chef, die wollen ihre Pizza nicht essen. Aha. Ja, auf meiner ist kein Käse und auf seiner ist kein Thunfisch. Thunfisch? Sie möchten Thunfisch? Ja, ich will Thunfisch. Ja, na, supi. Ja, klasse, aber wo ist mein Käse jetzt? Tut mir leid, wir haben keinen Käse. Kein Käse auf einer Pizza, das können Sie ja Oma erzählen. Ja? Omi! Omi! Also, nee, 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 nee. Ich hab jetzt genug, dieses ganze Durcheinander soll doch der Teufel holen. Genau. Was war ich denn mit dem Teufel? Ich hätte gern Käse. Ja, bin ich denn hier im Irrenhaus? Jesus. Aber ich mein, von diesen beiden Witzen hier werden wir doch niemals satt. Wollen Sie so dick werden wie Harry Weinfurt? Harry, 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 Harry! Jetzt hab ich hier nicht nur... Jetzt hab ich nicht nur die Bude voll, sondern lange kann auch die Schnauze. Genau, Ihnen sollte man mal gehörig den Nacht schblasen. Sie sahen die regelmäßig ausgestrahlte Unterhaltungssendung RTL Samstag Nacht. Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Stargästen, bei Nils Bokelberg. Bei Heike Makatsch. Bei Rüdiger Hoffmann. Bei den Samstag-Nacht-All-Stars. Und bei Harry Weinfurt. Morgen ist Sonntag. Bleiben Sie liegen, bleiben Sie sauber, bleiben Sie dran. Applaus Applaus Applaus